Bei ihrem letzten Abenteuer schafften die drei Jungs es, mit Zoes Hilfe das Spiel zu besiegen und wurden anschließend nach Ultrawild teleportiert. Hier sieht alles genauso aus wie im Spiel. Futuristische Wolkenkratzer mit Werbetafeln, zwischen denen sich Schnellstraßen wie Achterbahnen winden. Teilweise sogar auf mehreren Ebenen. Das Polizeigebäude sieht aus wie ein gigantischer gläserner Adler und heißt deswegen auch die Adlerburg. Und noch eins ist wie im Spiel. Der Schatten will Ultrawild vernichten und das letzte Ultranium-Klauen, das es gibt. Ultranium ist ein kostbares und seltenes Metall, mit dem die Autos ihrer Mods während der Fahrt modden können. Das letzte Mal gab es auf jeden Fall eine fulminante Verfolgungsjagd, an deren Ende die Kids den Schatten zur Strecke bringen konnten und... Apropos, die Alpha-Mods haben den Schatten fast erreicht. Spike fliegt mit Gizmo im Helikoptermod direkt über dem schwarzen Auto Shadow. Ich bin jetzt über ihm. Wo bleibt ihr? Direkt hinter dir. MJ, bist du bereit für deinen gefürchteten Abriss-Birn-Move? Aber sowas von! Endlich! Gleich haben wir ihn! Zugriff in drei, zwei, eins... Malva! 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 ουμε Participation in drei, vier, drei, vier, drei, vier, vier... Hahaha! Erliebe die ganze Welt von Alphamods im Magazin, als Hörspiel und als Action-Car. Im Set oder einzeln. Jetzt überall im Handel.